Hallo Internet, heute bin ich bei der Firma Aventix. Dem einen oder anderen sagt es vielleicht noch nicht so ganz viel. Das ist nämlich die Pneumatik-Sparte der ehemalige der Firma Rexroth. Die haben sich vor circa einem Jahr selbstständig gemacht. Heute sind wir mal hier und wollen gucken, was die so an Neuigkeiten haben. Und eine Sache ist ganz spannend, die haben einen interessanten neuen Bestellprozess. Ich schaue es mir mal an. Heute möchte ich mir nämlich nicht nur Bücher bestellen, Sie kennen das alle, das geht schnell im Internet, sondern eine ganze Pneumatik. Bei Aventix geht das und zwar relativ einfach. Es gibt hier im Netz einen Konfigurator, da kann man sich so richtig per Klick, wir nehmen hier mal diese Ventilgruppe, überlegen, welche wir haben wollen, wo die Anschlüsse liegen sollen und so weiter. Da kann ich jetzt alles Mögliche einstellen, welche Art Ventil, wie verschaltet, welches System, Bussystem, Anschlusstechnik und so weiter. Das System ist intelligent, es weist mich darauf hin, wenn ich Sachen noch nicht richtig konfiguriert habe. Hier weiß er beispielsweise gar nicht, was da rein soll. Ich suche mir mal ein Ventil aus, 5.2 beidseitig betätigt, dann habe ich hier auch das Schaltbild dazu. Sehr spannend, es wird an der Stelle dann auch gleich ein Preis berechnet und mir ausgegeben. Ich weiß also immer, in welchem Preisrahmen ich mich bewege. Wenn die Bestellung fertig ist, erhält man ein PDF mit allen nötigen technischen Daten. Stücklisten, Ersatzteillisten und so weiter. Was man sogar darüber hinaus erhält, ist ein 3D-CAD-Modell, das sogar im PDF eingebettet beweglich ist. Und ich kann mir das Ganze von allen Seiten anschauen. Natürlich kann ich mir die CAD-Daten auch runterladen für mein jeweilig passendes CAD-System, das ich zu Hause verwende. Und dann hat der Konstrukteur es ziemlich leicht, diese Pneumatik einzuplanen. Faszinierend! Kaum bin ich von oben runtergelaufen hier in die Fertigung, ist mein Auftrag schon unten. Jetzt gucken wir mal, wie der gemacht wird. Bei mir ist der Herr Becker. Herr Becker, Sie sind hier Fertigungsproduktionsleiter für den Bereich. Sagen Sie mal, was passiert hier? Sie haben ja jetzt hier die Konfiguration und gemäß dieser Konfiguration bauen die Mitarbeiter jetzt das Ventilträgersystem für den Kunden. Das geschieht in drei Schritten. Zunächst haben wir die Grundblockmontage, dann die Ventilmontage und nachfolgend prüfen wir das Gerät auch auf Funktion und Dichtigkeit. Manchmal denkt man ja, das wäre viel heiße Luft um nichts. Aber so ein Test ist gerade bei der Pneumatik natürlich besonders wichtig. Wir wollen ja keine Leckagen haben. Also, los geht's. Go! Wenn das Gerät den Test bestanden hat, kommt ein Aufkleber mit QR-Code drauf. Über den kann dann weltweit und jederzeit sogar per Smartphone herausgefunden werden, um was für ein Gerät es sich handelt. Und dann die technische Dokumentation eingesehen werden, bis hin zu den Schaltplänen. Bei mir ist Herr Ross. Herr Ross, Sie sind hier Lagerleiter. Was können Sie mir zu Ihrem Lager erzählen? Ja, wir haben ein Lager, das auf ungefähr 3000 Quadratmetern mehr als 45.000 Stellplätze hat. 45.000 graue Kisten können wir hier lagern. Wir bewegen im Moment um die 500 Kisten in einer Stunde. In einem Zweischichtbetrieb gehen damit ungefähr 10.000 Kisten ihren Weg rein und raus aus dem Lager und das jeden Tag. Und wie bei jeder guten Internetbestellung geht das Ganze natürlich am Ende auch noch in den Versand. Aventix garantiert mehr oder weniger 5 Tage Lieferzeit für die bestellten Produkte und wenn es eine Katastrophe gibt, geht es auch mal schneller. Ich habe heute gesehen, wie man bestellt. Ich habe heute gesehen, wie montiert wird und wie versandt wird. So, jetzt möchte ich aber wissen, was habe ich da eigentlich genau bestellt? Was habe ich mir genau schicken lassen? Bei mir ist der Herr Tesch. Herr Tesch ist Leiter Produktmanagement für den Bereich der Ventiltechnik hier bei Aventix. Herr Tesch, was haben wir denn hier vor uns? Sie haben vor sich das neue AV-System von Aventix. Und das AV-System zeichnet sich als Grundplattenventil geradeaus durch seine Kompaktheit und durch sein Gewicht. Gerade durch den Einsatz von durchgängiger Kunststofftechnik und eben auch den Aufbau mit einem diagonalen Sitz, haben wir es geschafft, das Ventilsystem halb so groß zu bauen und auch im Gewicht zu reduzieren. Was wir nicht reduzieren wollten, war die ganze Funktionalität. Die halt eben dieses Ventil bietet. Dementsprechend eine reichhaltige Auswahl an verschiedenen Komponenten, die man anhand eines Konfigurators eben sich zusammensetzen kann. Das klingt sehr interessant. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wo ich das gute Ding einbauen werde. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das hier ist die Frisur der Pneumatikprüfer.